So, was machst du hier, was weißt du, wir hatten seit der letzten Stunde, okay. Den Hafenmeister, der Sekretärin und der Putzer in jeder Person. Ah, du bist ja ein richtiges Multitalent, wa? Jo. Gut. Was wehste über die... Warum hat man dich veranlasst, die Docks abzusperren? Äh, ja. Warum hat man dich veranlasst, die Docks abzusperren? Nur hat der Polizei auch noch beschlossen, die ganzen Docks zu sperren, bis sie hier fertig sind. Kein Schimmer, wie lang ich nur auf dem trocknen sitze. Jetzt funke ich an die ganzen Schiffe, die hier einlaufen wollen, dass sie nach Kipps Bay rüberschippern müssen. Wenn die Docks hier jetzt gesperrt sind, dann hast du wohl nicht mehr viel zu tun. Ah, die Schiffe sind mir ja ganz egal. Aber morgen wollte mein guter Freund Louis auslaufen. Er kommt aus Chile und bringt immer den besten Grog mit, dem er je auf die Zunge gekommen ist. Nun muss ich mindestens vier ganze Wochen warten, bis ich ihn wiedersehe. Und meine letzte Flasche habe ich schon vor einer Woche leer gemacht. Ah, tragisch. Schon wieder Grog? Haha, finde ich irgendwie gut. Äh, hast du hier heute Abend einen Mann mit einem Mädchen gesehen? So. Hast du hier heute Abend einen Mann mit einem Mädchen gesehen? Du scheinst dich in der Materie ganz gut auszukennen, Jungchen. Also, hast du das Mädchen gesehen? Tut mir ehrlich's leid, Jungchen, aber ich kann hier keine Information über Passagiere erteilen. So sind nun mal die Regeln. Okay. Hast du einen Mann? Kann ich nicht machen. Regeln sind nun mal Regeln. Hm. Komm schon, mach's mir nicht so schwer und sage mir, was du gesehen hast. Ich hab's schon gesagt. Nach den Regeln kann ich hier keine Information über Passagiere erteilen. Ah, der Typ ist hartnäckig. Danke. Das war alles, was ich wissen wollte. Alles Gute, Jungchen. Ja, ja. Alles Gute. So. Ähm. Vielleicht können wir ihn bestechen. Dass er ein bisschen seine Zunge lockert. Wir haben ja genug Bargeld dabei. Das wird ja noch für irgendwas gut sein. So. Probieren wir's. Das könnte helfen. Jetzt willst du wohl Information kaufen, wat? Diese Stadt ist nicht mehr, was immer war. Es gibt kein Geheimnis, das nicht mit ein paar Piepen gekauft werden kann. Jungchen. Ich bin ja hier bildlich bestichen zu lassen. Aber deine paar Piepen sind da echt nicht genug, um meine Pflicht zu vernachlässigen. Und jetzt muss ich zurück an die Arbeit. Ah, der ist wirklich hartnäckig. Und pflichtbewusst. Was für ein toller Kerl. Er ist mir jetzt schon sympathisch. Er hat doch vorhin von Grock geredet. Vielleicht können wir ihn mit billigem Fusel bestechen irgendwie. Vielleicht will er mal einen Schluck. Falls da überhaupt noch was drin ist. Mir leuchtet nicht ein, wie ich diese Dinge zusammen benutzen soll. Okay, Jack leuchtet das nicht ein. Das war eine dumme Idee. Eine Schnaps-Idee. Das passt ja im wahrsten Sinne des Wortes. So. Was machen wir jetzt? Die Bullen haben den Hafen abgeregelt. Die Bullen? Was ist das denn für... Die Polizei hat das getan, Jack. Nicht die Bullen. Ich könnte natürlich die Absperrung einfach ignorieren und reingehen, aber... Vermutlich gibt es bei den Peers nichts interessantes mehr. Die Spurensicherung muss bereits alles weggeschleppt haben. Hm. Ach, wie der war... Wie komme ich denn jetzt an dem Typen vorbei? Beziehungsweise... Wie bekomme ich an die Informationen von denen ran? Was mache ich jetzt? Habe ich sonst noch irgendwas dabei, was ihn interessieren könnte? Soll ich den Typen vielleicht bedrohen? Na ja, wenn er kein Geld will, vielleicht müssen wir ein bisschen rabiater werden. Das ist eine ganz schlechte Idee. Okay. Ja. Sehe ich ein, Jack. Das ist wirklich eine schlechte Idee. Aber ich sehe langsam... Keine Möglichkeit mehr... Wie wir... Hier weiterkommen. Ich nehme mal an, das würde er dann auch nicht machen wollen. Nein, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt so wenig viel Sinn. Aber... Irgendwo anders hinfahren... ...macht wahrscheinlich jetzt keinen Sinn. Was haben wir hier noch? Na... Moment. Was haben wir hier am Hafen noch Schönes? Das haben wir uns ja alles schon mal angeschaut, aber... Eine geöffnete Dose. Sieht aus, als wäre da Pech drin. Na, so ein Pech. So. Ja, ich sollte die Polizei anrufen. Solltest du? Hallo? Vermittlung. Das bringt nichts. Die Leitung ist tot. Warum wollte er die Polizei anrufen? Naja. Eine der Flaschen ist zerbrochen. Ich nehme den Teil mit dem Etikett. Was? Was hat er jetzt genommen? Grock de Ricardo Blanco. Das Zeug hat über 60% Alkohol. Jeder Schluck verkürzt das Leben der Leber um eine Woche. Was? Das ist tatsächlich... Grock. Das, was der Typ trinken wollte. Ich habe das mal eben hier gefunden. Wie toll. Okay. Er hat das Etikett mitgenommen davon, oder? Es ging ums Etikett. Jetzt wollen wir mal was probieren. So, wir gucken uns das mal an. Alles, was von der Flasche Grock de Ricardo Blanco übrig geblieben ist. Womit können wir es benutzen? Wenn wir es ihm so geben, das wird ja wahrscheinlich nicht viel bringen. Ja, genau. Könnten wir eigentlich Gegenstände aus unserem Inventar kombinieren? Ich glaube nicht, oder? Nee, können wir nicht. Ah. Okay, ich habe jetzt ein paar Glasscherben mit einem... Es geht wahrscheinlich eher darum, dass ich dieses Etikett habe. Dass ich vielleicht irgendwie den Fusel da für ihn herstellen kann. Oder irgendeine x-beliebige Flasche nehmen kann und da das Etikett drauf kleben kann. Aber dann finden wir vielleicht auch irgendwo noch eine Flasche, nehme ich mal an. Aber ob der Typ darauf reinfällt? Egal, wir durchsuchen mal alles. Kisten, Fässer und sonstiger Müll. Was man halt so in einem Hafen erwartet. Jetzt solltest du vielleicht mal anfangen, ein paar Mülltonnen zu durchwühlen, Jake. Nichts, was sich lohnt aufzusammeln. Leere Grogflaschen. Das muss der Rest vom Vorrat des Hafenmeisters sein. Und warum nimmst du sie nicht mit? Ich habe schon, was ich brauche. Bist du sicher? Und warum willst du die Mülltonne nebendran nicht durchwühlen? Ich kriege ihn einfach nicht dazu. Aber wer das diesmal wirklich angebracht hat, wo soll er sonst eine alte Flasche finden? Gut, der Let's Player ist ne alte Flasche, aber sonst... Kassen nicht in meinen Mantel. Das sind die typischen... Ja, genau. Mach keine blöden Sprüche, Jack. Wir brauchen dringend ne Flasche oder irgendwie sowas. Aber auch dann... Wüsste ich nicht, wie ich dieses Etikett davon loskriege. Will er ja auch nicht machen. Ich bin grad ein bisschen ratlos. Okay, was könnten wir noch probieren? Da hinten sind noch Kisten. Die probieren wir mal als erstes. Und wenn da auch nichts drin ist, dann werden wir wohl zurückfahren müssen. Oder mal gucken, was da hinten noch ist. Es gibt überall im Hafen... Nichts, was... Okay. Dann gehen wir mal da hinten lang. Die Hangars und Lagerhallen ziehen sich über die nächsten zwei Meilen hin. Das kann ich nicht alles abklappern. Ach, Jack. Das sind nur zwei Meilen. Hahaha. Und hier? Geschlossen. Okay. Eine Metalltür. Hm. Und da auf dem Boot? Glaube ich zwar nicht, aber man weiß ja nie. Ein Ruderboot. Hm. Da ist nichts. Okay. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als unverrichteter Dinge wieder abzuziehen, fürchte ich. Aber wo sollen wir hin? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Nicht die geringste. Lass mich raten. Wir müssen wieder fahren an andere Ende von Stadt. Ehrlich gesagt weiß ich das diesmal noch gar nicht. So. Zum städtischen Museum am Central Park. Zur Essex Street. Zur Essex Street. Alles klar. Zur Essex Street. Hier war doch auch irgendwo der Laden von... Greta, oder? Ich habe nicht vor zu fußen. Wenn ich jetzt... Oder wenn ich hier lang gehe? Genau. Vielleicht kann sie mir eine Flasche geben. Oder hier sind... Ich probiere es jetzt wirklich mal und das diesmal ernsthaft, vielleicht wirklich mal eine Mülltonne zu durchwühlen. Vielleicht findet er wirklich mal eine Flasche. Vergiss es. Ach, Jack. Diesmal könnte es dir helfen. Aber hier sind überall Flaschen. Hier wollte ich nämlich jetzt gerade hin, weil... Es kann sein, dass uns hier vielleicht Greta weiterhelfen kann. Wir brauchen irgendwie eine Flasche, nehme ich mal an, wo wir das Etikett draufkleben können. So. Eine massive Wand aus Schnapsflaschen. Wenn es einen Himmel gibt. Ja, genau. Das ist hier kein Selbstbedienungsladen. Okay. Alles klar. Greta. Greta scheint schlecht gelaunt zu sein. Und es gibt nichts Unmöglicheres als eine Frau mit schlechter Laune. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Rede mit ihr. Greta sch... Komm schon. Trau dich, Jack. Hi, Greta. Hi, Jack. Äh. Hast du eine Flasche... Perfekt. Bestens. Hast du eine Flasche Grog? Grog? Willst du etwa den letzten Nagel in den Sarg deiner Leber schlagen? Die ist nicht für mich. Und es würde jetzt einfach zu lange dauern, dir zu erklären, warum ich sie brauche. Wie immer. Ist auch egal. Ich hab keinen Grog. Das Zeug trinkt keiner. Aber wenn du willst, kannst du nachsehen. Vielleicht sind da noch ein paar Flaschen auf den ersten Regalbrettern, direkt neben der Mühle. Ich schau mal nach, danke. Perfekt. Perfekt. Wusste ich doch, dass ich fündig werd. Das war ja eigentlich relativ naheliegend sogar. Okay. Eine Massive... Wenn es... Mal sehen, ob Greta eine Flasche Grog in ihrem Regal hat. Na dann. Auf hinter den Dresen, Jack. Hm. Ich sehe hier nichts, das wie Grog aussieht. Nein, jetzt komm. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Nimm doch irgendwas mit. Irgendeine Flasche und kleb einfach das Grog-Etikett drauf. Mal sehen, ob Greta eine Flasche Grog. Hm. Ich sehe hier... Okay, das vielleicht nicht. Aber... Wir haben zumindest doch das Etikett hier. Jetzt benutze es einfach da mal mit irgendeiner Flasche. Das geht so nicht. Da bin ich mir sicher. Na schön, Mist. Und jetzt? Sollen wir Greta nochmal drauf ansprechen, oder? Was können wir denn jetzt hier noch machen? Hi. Hi, Jack. Hast du eine Flasche, Grog? Das ist ja immer das Gleiche, oder? Hast du... Grog? Ja, ja, okay. Ist doch egal, aber wenn du willst... Ich sch... Okay. Mach's gut. Tja, das war's dann wohl. Dann weiß ich jetzt hier erstmal nicht weiter, fürchte ich. Dann kann ich jetzt hier erstmal nichts weiter tun. Ha. Dumm gelaufen. Dabei wollte ich den Hafenmeister doch eine Freude machen. Das kann ich jetzt wohl vergessen. Gut, dann würde ich mal sagen, dann beende ich das Ganze mal hier an der Stelle. Dann werde ich beim nächsten Mal gucken müssen, wie wir hier weiterkommen. Im Moment bin ich mal überfragt. Aber was soll's. Ist ja nicht das erste Mal. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Eui, WeHawk. Okay, P. Okay, P.